Jo Freunde der absoluten Dummheit, wenn ihr schon dachtet, Freiraum Reh ist schlimm gewesen, was die Aussagen angeht, dann werde ich euch dieses Video jemandem zeigen, der deutlich schlimmer ist und zwar den radikalen Demokraten. Einfach mal einen Clip, damit ihr ihn ein bisschen einschätzen könnt. Ja übrigens, wenn irgendwer sagt, also wenn irgendwer von rechts vor allem sagt, irgendwas ist woke oder wir müssen die Wokeness aufhalten, meinen die damit Juden. Also davon bin ich inzwischen fest überzeugt. Klar, wer gegen Wokeness ist, ist halt einfach gegen Juden, Digga. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Takeoff von dir gewesen. Das geilste ist aber folgendes. Skouros geht gerade rechtlich gegen ihn vor, weil Dara, also der radikale Demokrat, ihn unter anderem Faschist genannt hat. Nachdem ein paar Tage kein weiterer Anwaltsbrief von Skouros losgeschickt worden ist, dachte Dara, dass die Anwälte von ihm aufgegeben haben. Das hat er dann auch gepostet, wo er dazu geschrieben hat, ihr könnt ihn jetzt ruhig Faschist und Rechtsextremist und so weiter nennen, denn die Anwälte haben aufgegeben. Daraufhin hat dann der Anwalt von Skouros ihm eine E-Mail geschickt, wo drin steht, jo, lösch bitte diesen Tweet sofort, denn das stimmt einfach gar nicht, wir reichen gerade Klage gegen dich ein. Dara hat den Tweet dann auch tatsächlich gelöscht, hat aber einen neuen Tweet gemacht, wo er folgendes geschrieben hat. Wenn er dagegen mich was in der Hand gehabt hätte, wäre das ja schlauer gewesen, mich machen zu lassen. Stimmt, es wäre auf jeden Fall klüger, wenn weiterhin im Internet stehen würde, dass man Skouros einfach Faschist nennen darf. Das ist ja richtig dumm, dass er den hat löschen lassen, aber andere Frage, wenn er nichts gegen dich in der Hand hat, warum löscht denn du dann diesen Tweet? Im Stream hat er dann dazu ebenfalls Stellung bezogen und hat folgendes gesagt. Sonst machen wir uns heute einen gemütlichen Tag, würde ich sagen. Warum so schnell die Löschung was und nicht Korrektur gemacht? Was denn? Den Tweet jetzt. Achso, warum die Löschung auf Twitter so schnell und nicht korrigiert? Naja, da gab es nichts zu korrigieren. Du hast ja eine falsche Tatsache geäußert. Nö, wieso? Nö, wieso? War doch nichts falsch. Bro, der Anwalt von Skouros hat dir doch gerade selber gesagt, dass sie weiter gegen dich vorgehen und Klage einreichen. Hm, wo könnte da der Fehler sein? War doch alles richtig oder nicht? Ja, nee, offensichtlich nicht, oder? Aber seine Dummheit spielt uns wirklich einfach in die Karten. Denn zu Shuyoka und den Vorwürfen der sexuellen Belästigung sagt er zuerst das hier. Ähm, eher, ne, sexuelle Belästigung ist erst, wenn ich Shuyoka begrapsche, nicht wenn ich sie zum Beispiel filme oder unerlaubt filme oder, ne, und so weiter und so fort. Okay, es ist also sexuelle Belästigung, wenn jemand absichtlich mit dem Handy in das Dekoté einer Frau filmt. Was sagt er drei Minuten später im Stream? Also zu einer Frau gehen ihr in das Dekoté filmen und sie auffordern, mehr zu zeigen, ist keine sexuelle Belästigung. Und doch ist sexuelle Belästigung. Aber ob das Gericht das sieht, ist halt noch mal was anderes. Und Aussage gegen Aussage. Also er wird sagen, nö, stimmt nicht. Ja, Bro, also was denn jetzt? Ist es sexuelle Belästigung oder nicht? Also du kannst deine Meinung jetzt nicht alle zwei Minuten ändern. Auch klug ist wirklich dieser Take hier. Ja, wie gesagt, das braucht's gar nicht unbedingt. Also der Skurrus ist halt eher in der Pflicht zu beweisen, dass sie ihm das wirklich vorgeworfen hat und dass sie seinen Ruf geschädigt hat damit, als umgekehrt. Dieses, er muss es erstmal beweisen, dass es die Vorwürfe überhaupt gibt, kommt in den Stream übrigens noch öfter vor. Hier einfach mal zwei Beispiele. Das, was irgendwie alle nicht rallen ist, so ein Skurrus muss halt auch erstmal beweisen, dass sie ihm überhaupt diese Vorwürfe gemacht hat. Ne, also in dem Moment. Sie muss nicht unbedingt beweisen, dass er sie belästigt hat. Weil er muss erstmal beweisen, dass sie ihm das vorwirft. Digga, es gibt einfach ein Statement von ihr, wo sie ihm genau das vorwirft. Was soll er denn da noch beweisen, Bro? Sie hat das doch gepostet, du kannst es nachlesen. Es wird in dem Video, was er sich anschaut, sogar gezeigt und checkt es trotzdem nicht. Er sagt übrigens später dazu, dass ja ein Richter das Ganze anders sehen könnte. Deswegen ist es halt kein Beweis. Welcher Richter soll da irgendwas anders sehen, Bro? Also sie postet doch diese Vorwürfe ganz klar. Ich verstehe nicht, was er damit meint. Das ist so unfassbar dämlich. Ach ja, und übrigens, nur kurz dazu, dass er ja auch sagt, dass Skurrus erstmal beweisen muss, dass er im Ruf wirklich geschadet worden ist. Du hättest dir halt wirklich nur ganz kurz den Gesetzestext angucken müssen. Da steht sogar drin, zu gefährden geeignet ist. Der Ruf muss keinen Schaden bekommen haben. Auch der Versuch ist bereits strafbar. Das Beste kommt aber jetzt. Freiraum Reh hat ja Skurrus vorgeworfen, dass sich eventuell irgendwann mal jemand wegen Skurrus umbringt. Und das ist eigentlich vollkommener Quatsch. Oder was sagt denn Dara dazu? Dass sich irgendjemand wegen ihm umbringt. Okay, ich weiß nicht, wie man in irgendeiner Situation so auf die... Gut, den Take finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Ja, das liegt halt daran, dass viele, die halt nicht den politischen Kontext kennen, das nicht rallen. Weil das, was da Freiraum Reh gesagt hat, beziehungsweise Kim, ist absolut richtig. Das sind hunderttausend von Menschen, die ein völlig falsches Bild eventuell von dir haben. Wenn du da als absolut bösartiger Mensch dargestellt wirst, dann kann das halt auch sein, dass irgendwann irgendwer bei deiner Haustür auftaucht. Und wer weiß, was das dann für Menschen sind. Und wenn diese Leute das Gefühl haben, ich kann das machen, ich werde dann selber als Held gefeiert, weil anscheinend ist das eine super böse Person. Warum? Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, bei YouTube ist es noch nie vorgekommen, dass wenn zwei Leute irgendwie Beef miteinander haben, dass irgendein Zuschauer den anderen dann irgendwie getötet hat oder sowas. Aber bei Shuyoka ist es plötzlich super realistisch, dass das passiert oder was. Aber naja gut, vielleicht hat er ja noch bessere Argumente dafür. Macht das Angst. Und eine Shuyoka kann das eventuell aushalten, aber jemand, der hier hundert Viewer hat und einfach ein bisschen seinen queeren LGBTQ-Safe-Space einrichten möchte und dann denkt sich so ein Skurrus, weißt du was, weißt du was, ich schau mir mal, ich schau mir einfach mal diese Streamerin hier an oder den Streamer und mach mich halt ein bisschen über die lustig vor 11.000 Leuten. Und dass halt meine Leute den ganzen Tag in deren Streams kommen. Du hast eventuell komische Social-Media-Beiträge, nie wieder kannst du auf Instagram irgendwie was so in Ruhe machen, ohne dass du halt irgendwelche Hater hast. Ja, Mann. Wenn Skurrus einmal über eine queere Person im Stream redet, dann kann die nie wieder in ihrem Leben irgendwelche Instagram-Beiträge machen, ohne doofe Kommentare zu bekommen. Weil, wie man weiß, das Internet ist überhaupt nicht schnelllebig und man schießt sich eigentlich durchgehend auf ein und dieselbe Person ein. Auf ewig! Die bessere Frage ist aber, wann hat Skurrus das denn jemals gemacht? Wann ist er mal grundlos auf eine kleine Streamerin gegangen, nur weil sie queer ist? Naja, Dara kann uns auch diese Frage beantworten. Kim dort sagt absolut richtig und überhaupt nicht übertrieben. Und ich würde behaupten, er kennt da halt einfach die Dimension davon nicht. Also beispielsweise Transmenschen, gegen die Skurrus sehr gerne hetzt auf Social Media, gerade die sind selbstmordgefährdet. Man spielt dort absolut mit dem Feuer, wenn man eben vor allem gegen diese marginalisierte Gruppe am Hetzen ist. Und wenn man sich dann natürlich noch an denen abarbeitet, beispielsweise wie Skurrus das versucht hat mit Finesse zu machen. Okay, Skurrus hat sich also an Finesse abgearbeitet. Naja, was hat Finesse denn gemacht? Um genau zu sein, gibt es gerade mal eine Reaction von Skurrus auf Finesse, wo sie Shoyoka richtig dämlich verteidigt hat. Sie hat Müll über Skurrus gelabert, hat Sachen aus dem Zusammenhang gerissen und hat richtig dumme Takes gebracht. Das einzige, was Skurrus gemacht hat in der Reaction, ist sich halt zu verteidigen und darauf einzugehen, was Finesse dazu gesagt hat. Du willst mir jetzt also sagen, dass Skurrus keinerlei Recht hat, auf die Kritik von queeren Leuten einzugehen, weil das ja automatisch ein Abarbeiten ist. Und das nur mit dem Hintergrund, dass die ja selbstmordgefährdet sind. Also sorry, wenn es dir so schlecht im Leben geht, dann solltest du solche Themen einfach nicht ansprechen, da es klar ist, dass du durchaus auch Kritik dafür bekommen kannst. Das Geile ist jetzt aber folgendes. Shoyoka hat bei der YouTuberin der Äquivalist genau das gleiche gemacht. Sie hat beleidigt, rumgefrontet und sie fertig gemacht. Ach nee, warte, das ist ja gar nicht das gleiche. Gut, wenn das deine Meinung ist, dann erkläre mir mal das Verhalten von Shoyoka gegenüber einer 19-Jährigen der Äquivalist. Ist das dann nicht auch gefährlich, weil sie sich umbringen könnte wegen Shoyoka? Nein. Überhaupt nicht. Absolut, also völlig was anderes. Völlig was anderes. So, Shoyoka widerlegt die Aussagen von der Person und macht sich halt noch dazu über die Person lustig. Der Unterschied ist, dass so eine, der Äquivalist kann halt jederzeit, also verbreitet halt auch rechtsextrem Scheiß. Und diese Person kann jederzeit einfach diese Meinung sein lassen. So, aber ein queerer Mensch kann nicht aufhören, queer zu sein. Das ist angeboren. Okay, also erstmal, der Äquivalist darf beleidigt und fertig gemacht werden, weil sie kann ja einfach ihre Meinung ändern. Also ist es für dich komplett legitim, Leute zu beleidigen, wenn sie eine andere Meinung als du haben? Dazu sagt er ja auch quasi, dass queere Menschen ihre Meinung nicht ändern können. Also ist es für dich eine Charaktereigenschaft von queeren Personen, dass sie lügen und hetzen, beispielsweise gegen Skurros? Also ich persönlich finde das ziemlich queerfeindlich so zu denken, weil das hat ja nichts damit zu tun, ob du queer bist oder nicht. Aber schön, dass du das so siehst und sie ihre Meinung nicht ändern können, indem sie zum Beispiel weniger Lügen verbreiten. Liegt einfach in der Natur von queeren Leuten, danke Dara, das merke ich mir. Aber auch über der Äquivalist werden hier einfach absolute Lügen verbreitet. Diese Welt sich zum Beispiel, sie verbreitet, was halt ganz klar in diese Richtung geht, Frauen wieder in die Küche und Frauen sollten kein Wahlrecht haben. Wie setzt man das durch? Mit Gewalt. Wie hat man früher gesorgt, dass Frauen in der Küche geblieben sind, indem man sie dahin geprügelt hat? Weil wenn die da herausgegangen sind, dann musste man ja sie irgendwie wieder zurückbringen. Sonst, wenn du keine Gewalt anwendest, dann gehen die Frauen halt einfach raus aus der Küche. So ziemlich simpel. Das hat sie nie behauptet. Nicht mal ansatzweise hat sie irgendwo durchscheinen lassen, dass sie möchte, dass Frauen ihr Wahlrecht verlieren oder in die Küche gehören. Das behauptet er einfach. Es gibt wirklich, ich hab ein paar TikToks und so weiter gesehen, es gibt keine einzige Aussage, die das irgendwie durchscheinen lassen würde. Es geht einfach nur darum, sie negativ zu framen, weil sie eine andere Meinung hat als Dara. Der übrigens als Erzieher arbeitet, nur dass wir mal drüber geredet haben. Zu dieser Tic-Tac-Sache, die ja eventuell eine Bombendrohung sein kann, sagt er übrigens das hier. Einfach Bombendrohung mit Tic-Tac. Ja, du kannst da so viel reininterpretieren. Es ist einfach nur beängstigend, was der Tag ist. Genau. Und das hier ist eben der Punkt, das nennt sich stochastischer Terrorismus. Man ist eine große Persönlichkeit, also zum Beispiel Trump hat das sehr gerne gemacht. Und natürlich ein Skurrus macht das halt so, nicht so wie Trump, ne? Aber das könnte halt, es reicht halt, dass einer das irgendwann so versteht. Dass er sich halt denkt, ah, okay, es geht darum, böse Menschen aufzuhalten. Ja, dann übernehme ich das mal für meinen Daddy Skurrus. In so einen Tic-Tac kann man dann viel reininterpretieren. Ne? Und ja, da kann man halt auch das Ticken von der Bombe reininterpretieren. Ja, kann halt irgendwer, reicht ja eine Person, die sich dann denkt, bei den ganzen Fans von Skurrus, aha, okay, ja, vielleicht sollte ich mal. Vielleicht werde ich ja belohnt, wenn ich das durchziehe. Der hat mich dazu bestärkt. Und deshalb ist das auch nicht falsch, was sie sagt. Der Typ macht mich halt, macht mich halt wirklich sprachlos. Es reicht ja auch schon, wenn eine Person das reininterpretiert. Deswegen ist es gar nicht so weit weggeholt. Aber wenn ihr die ganze Zeit Lügen über uns verbreitet und so weiter, da müssen wir keine Angst haben, dass wir als böse gesehen werden und einer von euren Zuschauern uns irgendwas antut, ne? Wenn ihr mal Glück gehabt. Aber auch erstmal, also bei welchem YouTuber-Beef wurde jemals von einer Person sowas reininterpretiert? Also du möchtest mir sagen, dass irgendein Zuschauer jetzt denkt, boah, Digga, ich muss auf jeden Fall jetzt eine Bombe bauen. Und der kann auch eine Bombe bauen. Der hat auch die Materialien, der hat die Adresse von Shuyoka und plant jetzt ein Bombenattentat auf sie. Digga, wie weit kannst du an der Realität vorbeilaufen, Alter? Vor allem macht er das Ganze, weil Daddy Scurros hat es gesagt. Ich meine, hätten da nicht auch alle Politiker sterben müssen, als die AfD gesagt hat, dass man jetzt die Leute jagen wird? Ist ja komischerweise auch nicht passiert, oder? Generell ist aber, was Interpretation angeht, bei ihm, ja, sehr frei. Sagen wir einfach mal so. Beispielsweise bei meinem einen Thumbnail. Und wenn du vor allem dann, ich sag mal, 14 bist, 15 bist, 15-jähriger Junge bist und du schaust KuchenTV, und KuchenTV wird wahrscheinlich von sehr vielen jungen Menschen geschaut, dann denkst du halt, das kann man mit Frauen so machen. Das ist okay. Ja, Bro, weil ich diese Thumbnail benutzt habe, was einfach nur quasi aussagen soll, dass ich sie argumentativ platt gemacht habe, denken meine 14-jährigen Zuschauer jetzt so, boah, Gewalt gegen Frauen ist ja voll legitim, weil ich hab das in einem Thumbnail von KuchenTV gesehen. Bro, bitte hör auf zu reden, Alter, es ist so schlimm, wirklich. Der ist so verblendet, das ist unfassbar. Und er labert natürlich noch mehr Müll über mich. Mental Health, Diskriminierung, und da sind auch manchmal sehr harte Themen dabei, zum Beispiel Vergewaltigungserfahrungen, die Menschen haben. Und ja, auch einfach eine tolle Influencerin, die tolle politische Arbeit auf Twitch macht. Und das gefällt natürlich einigen Menschen gar nicht. Ja, in KuchenTV gefällt das nicht, weil KuchenTV ist halt ein konservativer Lappen. Und dann hast du noch Skurrus, der ist halt im rechtsextremen Lager sogar unterwegs, verbreitet diverse Verschwörungstheorien. Und der mag das natürlich auch nicht. Und dementsprechend hat man sich da anscheinend überlegt, okay, wie machen wir diese Menschen platt? Warte mal, willst du mir gerade wirklich sagen, dass Skurrus und ich dagegen sind, wenn man auf Twitch über seine Vergewaltigungserfahrungen berichtet, um vielleicht anderen Kraft zu geben? Und dass Skurrus nicht rechtsextrem ist? Ich glaube, das ist klar. Und ich bin auch nicht konservativ, aber gegen das Rechtsextrem ist der Vorwurf ja wirklich noch human, muss man sagen. Vor allem denkt ihr auch wirklich, dass wir uns jetzt eine Freiraum-Reh oder Shoyoka ausgesucht haben, weil die halt irgendwann vielleicht mal über solche Themen aufgeklärt haben, was ich ehrlich gesagt auch noch nie mitbekommen habe, also davon mal ganz abgesehen. Dass es ja aber vielleicht daran liegt, dass Shoyoka in etlichen Streams über mich Lügen verbreitet hat und gehetzt hat, das kann natürlich nicht sein. Und dass Freiraum-Reh in ihrem Stream stundenlang über Skurrus gehetzt hat, nein, nein, das ist nicht der Grund, sondern die sind einfach gegen Aufklärung. Ja, Digga, er hat deine Frisse wirklich. Aber warum bin ich eigentlich konservativ? Nehme mal eine konservative Meinung von KuchenTV. Naja, Konservativismus verbreitst du dadurch, indem du vor allem eben online einfach gegen bestimmte, also beispielsweise indem du Shoyoka diskreditierst. Okay, wartet mal ganz kurz. Man ist also konservativ, wenn man Shoyoka kritisiert. Wir hören einfach weiter, ich kann das nicht mehr. Du machst das halt, indem du einfach online vor allem eben die Linken diskreditierst und damit dich selber als den Guten darstellst, automatisch per Definition. Das Ding von KuchenTV ist immer, und das ist so ein typisch konservatives, die anderen haben immer Doppelmoral, ja. Also die anderen haben immer einen bösen Plan. Da ist irgendwer, der Gutes tun möchte, nein, eigentlich ist es ein Heuchler. Eigentlich stimmt das gar nicht. Und dementsprechend lügen die. Und somit suggerierst du halt, alle Menschen sind schlecht, alle Menschen sind böse. Und wenn alle Menschen schlecht und böse sind, ja, dann darf man auch böse sein. Das heißt, man darf andere diskriminieren, man darf schlecht über andere reden, man darf, naja. Ach ja, und KuchenTV wurde wegen Volksverhetzung verurteilt. Digga, die Clownsnase wurde gerade zum Clowns Everest, Alter. Erstmal, ja, ich zeige in meinen Videos sehr oft Doppelmoral von der Woke Bubble. Aber ich behaupte das ja nicht einfach so, sondern ich zeige einen Clip, zeige einen anderen Clip und ihr widersprecht euch in diesen Clips. Das habe ich bei dir jetzt auch schon mehrmals gemacht. Also diese Doppelmoral existiert ja, das ist ja nichts, was ich mir ausdenke. Und nein, ich glaube nicht, dass ihr böse seid. Ich glaube einfach, dass du echt dumm wie ein Stück Scheiße bist und überhaupt nicht raffst, was du da eigentlich von dir gibst, weil du absolut verblendet bist. Du drehst dir die Welt halt so, wie du sie gerade brauchst und wie es in dein Feindbild passt. Ach so, und nur mal so nebenbei. Weil ich also so Linksextreme kritisiere, sage ich damit also indirekt, dass ich Diskriminierung gut finde, ja? Obwohl ich in etlichen Videos mich schon gegen Diskriminierung jeglicher Art ausgesprochen habe. Also das musst du mir bitte auch einmal erklären. Das ist halt offensichtlich einfach Rufmord, weil er mich halt nicht mag. Also der hat sich gar nicht mit mir beschäftigt, sondern hat wahrscheinlich zwei Tweets gelesen und das ist seine Meinung. Zu der Volksverletzungssache sagt er später übrigens noch das hier. Kuchen ist noch nicht verurteilt, da läuft eine Berufung. Okay. Also er wurde mal verurteilt. Okay, dann ist er in Berufung gegangen. Ziehe ich zurück. Keine Ahnung. Aber, hm, ja, okay, keine Ahnung. Das ist mir eigentlich doch scheißegal, wie da jetzt die Fakten sind. Also, ich wollte einfach ein bisschen hetzen. Ja, vor allem nehme ich zurück, Digga. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Was juckt mich das? So gehst du mit solchen Vorwürfen um, Alter. Du bist so ein ekelhafter Mensch, wirklich. Ich meine jetzt mal wirklich, dieser Mensch ist so krass beschränkt, das ist wirklich gefährlich. Und es geht auch noch weiter. Der Gaming macht, auch die Plattform nutzt, um politische Aufklärungsarbeit zu leisten, für Demokratie, Gleichberechtigung, für Ökologie, gegen Armut, etc. Und davon brauchen wir definitiv mehr Menschen. Definitiv brauchen wir weniger Kuchen-TVs und weniger Skurros, weil das, was die machen, ist genau das Gegenteil, von Demokratie und Gleichberechtigung. Okay, ich mache also das Gegenteil von Gleichberechtigung und Demokratie, obwohl ich in meinem Videos halt genau diese Werte immer wieder anspreche und super wichtig finde. Ein Beispiel bringt er dafür übrigens auch nicht, aber klar, das wäre auch zu viel Recherche gewesen. Ich meine, ich habe Videos gegen Andrew Tate gemacht. Ich habe Videos für LGBTQ-Themen gemacht und ich habe auch schon Videos für Flüchtlinge gemacht. Erklär mir mal bitte, wo ich gegen Demokratie oder für Diskriminierung bin, weil ich verstehe es halt wirklich nicht. Oder ist das einfach nur Rufmord, weil du mich nicht magst und deine Bubble beschützen möchtest? Naja, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Genauso ekelhaft ist übrigens auch der Take hier. Es gibt nachweislich Leute, die ihre Geschlechtsumwandlung nicht gut finden und nicht zufrieden sind damit, weil ihr zum Beispiel irgendeinem Trend gefolgt habt. Ja, shit happens, das gibt es auch bei Tattoos. Willst du jetzt Tattoos verbieten? Nein, du kannst auch nicht, also du kannst erstmal nicht einfach jemandem sagen, shit happens, wenn derjenige, wegen dem Trend, weil er verinfluenced worden ist und hast du nicht gesehen werden. Also es ist ja nicht verboten, aber so wie das jetzt ist irgendwie, du musst mehr... Damit entmündigst du dich. Ja, und ihr seht halt, dass ein KuchenTV da auf Skurros Seite ist in dem Fall. Das war aus einem Twitter-Space, den ich mit Skurros hatte. Und Tobias Hoch kann auch bestätigen, denn der war auch dabei, dass wir relativ lange über Transpersonen geredet haben. Und in 95% aller Punkte habe ich Skurros widersprochen. Das Einzige, wo ich hinzustimme, ist, dass ich es gut finde, dass erstmal geschaut wird, ob wirklich eine Transidentität besteht oder nicht, bevor man sich einfach unoperieren lässt, weil das halt Fehler sind, die nicht mehr komplett rückgängig gemacht werden können, wenn man dann merkt, oh, ich bin ja doch gar keine Transperson. Sonst habe ich ihn die ganze Zeit immer widersprochen. Das zeigt er aber komischerweise nicht, sondern er zeigt diesen einen Punkt, den ich nicht mal schlimm finde, by the way, und sagt dann, ja, naja, klar, dass KuchenTV wieder Skurros zustimmt. Das ist so ekelhaftes Framing. So ekelhaft, der Typ. Danach sagt er übrigens noch das hier dazu. Was heißt denn retten? Ich habe es schon gesagt, jeder soll sich einfach so fühlen, wie er ist. Wenn jemand transsexuell ist, ist das doch einfach sein Recht. Also transsexuell zu sein, ist ja was anderes wie, guck mal, das ist jetzt die Frage. Also, ne, KuchenTV benutzt den Begriff transsexuell. Das ist halt ein falscher Begriff, weil das suggeriert halt, dass Transmenschen im Schlafzimmer irgendwie sich einfach als das andere Geschlecht verkleiden und das einfach dann geil finden und als Fetig ausleben. Und das ist schon mal so, ich sag mal ein Dog Whistle. Da weißt du dann schon, dass beim KuchenTV auf dem Kopf wahrscheinlich viel düsterere Ansichten stecken. Aber er ist halt schlau genug, die nicht so offen zu zeigen, während ein Skurros da ein bisschen offener mit umgeht. Bro, ich habe sogar davor gesagt, dass jeder Mensch einfach so leben soll, wie er möchte. Also, ich habe es ja sogar positiv angesprochen. Und trotzdem sagt er, nein, aber er benutzt den falschen Begriff, obwohl das in der Gesellschaft bei Leuten, die ich kenne, jeder so benutzt, aber das nur so nebenbei, das ist ein Dog Whistle, denn er ist eigentlich ein Nazi und gegen Transperson, auch wenn er sich öffentlich immer positiv zu denen äußert. Der, ich komme nicht, der, ich werde so aggressiv, Alter. Genau das hat übrigens auch einer gesagt, dass ich den Begriff vielleicht einfach nicht kenne. Dazu sagt er dann das hier. Nein, ich glaube, Kuchen versteht einfach nicht, was transsexuell bedeutet. Glaubst du wirklich noch nie, hat das ihm jemand erklärt? Glaubst du das wirklich? Es reicht normalerweise, dass du das Menschen einmal erklärst und dann reihen die das? Nein, es redet ja keiner mit mir. Weder Shuyoka, noch Freiraum Reh, noch irgendeiner anderen aus eurer Bubble hat jemals gesagt, hey Kuchen, lass doch mal ein Gespräch führen. Gleichzeitig wird aber von mir erwartet, dass ich jede Begriffsänderung sofort mitbekomme, obwohl sich das in eurer Szene alle zwei Minuten ändert, was man jetzt sagen darf und wie sich irgendwelche Personen nennen. Übrigens, wenn du auch mal meine Videos verfolgen würdest, dann wäre dir auch aufgefallen, dass ich gar nicht so auf transsexuelle Personen sage, sondern eigentlich sage ich die ganze Zeit Transpersonen. Was, denke ich mal, in Ordnung ist oder nicht? Erklär es mir bitte. Erklär es mir jetzt, falls du darauf reagierst. Aber ich meine, ihr wollt ja bestimmt auch gar nicht objektiv sein, oder? Deswegen framest du auch die ganze Zeit negativ gegen mich. Oder was hast du zum Thema Objektivität gesagt? Weil du hast halt auf der einen Seite hast du Shuyoka und dann eben eine kleine linke Bubble sozusagen hinter ihr, die dann versuchen, das Ganze möglichst objektiv zu betrachten. Und dann hast du eben auf der anderen Seite KuchenTV und Monte und weiß nicht was und natürlich Skudos selber, die so gebetsmühlenartig versuchen, möglichst das Framing zu kontrollieren und das immer und immer und immer wieder. Ja, klar. Also jetzt mal wirklich, vielleicht bin ich auch einfach absolut dumm oder so. Aber nach allem, was ihr in diesem Video gehört habt, glaubt ihr, dass wir diejenigen sind, die Framing betreiben? Oder Leute wie Dara? Erklär es mir bitte in den Kommentaren, weil ich weiß nicht, also ich sehe das eigentlich genau andersrum, um ehrlich zu sein. Ich meine, du wirst mir vor, konservativ zu sein, antidemokratisch, gegen Gleichberechtigung, für Diskriminierung. Skuros wirst du das gleiche vor, nur der ist dann auch rechtsextrem und ein Verschwörungstheoretiker. Wer framet hier gerade wen? Den nächsten Front gegen mich check ich ehrlich gesagt irgendwie nicht mal. Äh, natürlich sollte man erstmal jedem potenziellen Opfer glauben, auf der anderen Seite darf man aber auch niemanden vorverurteilen, weil es eben halt, also weil man auch meistens nicht weiß, was passiert ist. Jo, Freunde, der Auf... Ja, und das ist natürlich der Umgang, den die an den Tag legen, ist natürlich ganz unsachlich, aber das Ding ist halt, die sind natürlich auch gefangen irgendwo in ihrem, ähm, in ihrem, ja, in ihrem Job einfach, weil das ist halt sein Job. Sein Job ist halt, dieses ganze Beef-Ding da so auseinanderzunehmen und darüber zu berichten und natürlich auch seinen Spin darauf zu geben. Das finden Leute gut und es wäre total merkwürdig, wenn KuchenTV jetzt mal nicht irgendwie darüber berichten würde, das nicht irgendwie die ganze Zeit monetarisieren würde. und, und das ist aber, naja, schlimm und das ist halt eben diese ganze, ich sag mal, kapitalistische Perspektive von dem Ganzen. Okay, warum genau ist es denn jetzt schlimm, wenn ich über aktuelle Themen berichte, vielleicht auch mal Leute fronte und Geld damit verdiene? Ich meine, du machst in deinem Stream gerade exakt das Gleiche. Du frontest mich, lügst über mich und kriegst die ganze Zeit Zabs und Twitch schaltet wahrscheinlich auch Werbung. Komisch. Außerdem war meine Aussage doch komplett neutral. Ich habe gesagt, glaubt dem potenziellen Opfer, aber vorverurteilt nicht den potenziellen Täter. Ist das jetzt eine schlimme Meinung oder so? Vor allem, da du ja auch den Kapitalismus so schlecht redest, dann verstehe ich eine Sache nicht. Denn du lässt dir gerade von Mami und Papi meine tollen Anwälte bezahlen. Der ist nämlich auch bei den Höckeranwälten. Er hat selber gesagt, dass er sich das nicht leisten kann, sondern dass es halt seine Eltern bezahlen. Also du profitierst doch gerade selber vom Kapitalismus. Aber wenn du so krass dagegen bist, hätten es nicht auch ein bisschen günstigere Anwälte getan, die du vielleicht auch selber bezahlen kannst, anstatt Mami und Papi vorzuschicken, du kleiner Schnösel? Aber ich meine, okay, er geht wenigstens gut mit Kritik um, oder? Fragen stellt, den banne ich einfach. Also wenn jemand versucht, irgendwas anderes in das, was ich hier sage, rein zu interpretieren, was ich nicht gesagt habe, dann werde ich euch einfach bannen, weil ich keinen Bock habe, auf jeden einzelnen von euch Idioten dann einzugehen, der hier versucht, irgendwie das Gespräch zu derailen. Okay, also, Dara redet durchgängig Mist. Okay, er selber weiß das natürlich nicht, aber vielleicht hat er sich irgendwann mal nicht so gut geäußert oder hat vielleicht einen Take gebracht, der tatsächlich gar nicht so korrekt ist oder wo man etwas reininterpretieren kann. Und Leute fragen ganz normal und sachlich nach und er blockiert einfach jeden. Vor allem sorgt die Frage, was ist denn eine dumme Frage? Bruder, du bist doch Erzieher. Mein Lehrer hat mir immer gesagt, es gibt keine dummen Fragen. So, auch das macht gar keinen Sinn. Was er damit meint, ist natürlich klar. Wie? Du hast eine andere Meinung als ich? Ja, dann banne ich dich natürlich weg. Tut mir leid. Demokrat? Ja, das steht in meinem Namen, aber ganz ehrlich, also auf gar keinen Fall. Am Ende nochmal eine Sache zu Monte, einfach nur damit ich ihm vielleicht den Titel schreiben kann. Ich überlege mir das noch. Attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr, also, das als Charakter... Ja. Ja, ihr seht das auch an dem Chat. Und das sind halt alles so Sachen, würde ich mir wirklich überlegen, ob ich sowas sagen würde. Weil das ist halt nicht nur, ich sag mal, charakterlich unglaublich schwach, sondern es ist halt auch eventuell justiziabel. Herr Richter, Monte hat gesagt, dass er Shoyoka attraktiv findet, allerdings den Charakter nicht wirklich. Das ist eine Straftat und er muss auf jeden Fall ins Gefängnis. Was ist daran justizabel, Digga? Ich... Ich heule gleich, Digga. Ich heule gleich, wirklich. Außerdem darf man unten nicht in den Knast, Digga. Wie soll ich sonst meine Klicks machen? Das Ding ist, das Video hätte auch fünfmal so lang sein können. Als ich darauf auf KuchenTV ankert reagiert habe, bin ich auch einmal komplett ausgerastet. Und diese Person kann jederzeit einfach diese Meinung sein lassen. Das ist jetzt natürlich echt doof gelaufen, sag ich euch. Warum geht der? Erinnert sich auch. Aber keine Sorge, ich bin für Gleichberechtigung, deswegen hab ich den Boden sauber gemacht und Janina hat währenddessen gestreamt. Ja, Dara, nur dass du weißt, Bruder, ich bin da wirklich für Gleichberechtigung und so. Was kann ich abschließend dazu sagen? Dara ist wirklich einer der dümmsten Menschen, der mir jemals unter die Augen gekommen ist. Also jetzt mal Reatalk. Ich komme auf seine Aussagen nicht klar. Und das ist wirklich nur das Schlimmste, was ich rausgesucht habe. Er hat so viele weitere dumme Takes gebracht. Guckt euch einfach die komplette Reaction auf Kuchen, und DV Uncut an. Ich kann einfach nicht mehr. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Er hat noch vier weitere Streams gemacht, wo er weiterhin nur Müll gelabert hat. Und es wird einen Teil 2 geben. Bitte like das Video. So, das war's von mir. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.